so einen wunderschönen guten morgen euch das hier wird ein ganz kurzes video es geht einmal ganz kurz um den kanal ich wollte erstmal allen ein dickes dickes danke sagen die dem kanal zuschauen die den kanal so groß gemacht haben 1000 abonnenten das hätte ich ja hätte ich erstmal nicht für möglich gehalten dass so viele leute zuschauen auch die überhaupt nichts mit der hundestudie zu tun haben die aus ganz anderen ländern kommen die community wie sie sich entwickelt hat gefällt mir irrsinnig gut ich unterhalte mich gerne unter den videos mit euch und beantworte eure fragen sofern ich das kann und wir marschieren stark auf 1000 abonnenten zu und deshalb wollte ich eine kleine überraschung für für 1000 abonnenten für die tausend abonnenten marke machen und zwar werde ich dann für einen gewissen zeitraum da muss ich mal gucken wie lange werde ich videos hochladen zum thema rückruf und zwar wie ich den rückruf aufbau da kann ich euch versprechen das sind mega mega wertvolle videos weil ich denke dass viele im aufbau beim rückruf sachen besser machen könnten sagen wir es mal so damit er also die 1000 abonnenten erreichen müsst ihr noch ein bisschen mithelfen teilt doch meinen kanal weist freunde und bekannte darauf hin dass es diesen kanal gibt helft mir die 1000 abonnenten zu knacken und dann stelle ich allen die abonniert sind und allen die zugucken ein paar rückruf videos zur verfügung von denen ich glaube dass sie euch helfen werden danke auf jeden fall schon mal bis hierhin fast 1000 leute mega geil einen schönen tag tschüss abonnenten